Sie wollen Daten schützen. Und Transparenz. Dazu stehen die Piraten. Auch heute auf ihrem Parteitag in Hennstedt-Ulzburg. Er hat die Partei vor acht Jahren mitgegründet. Patrick Breyer, Landtagsabgeordneter und ehemaliger Richter. Wie alt er ist, will er nicht verraten. Privatsphäre, sagt er. Datenschutz ist ihm wichtig. Dabei hat er vertrauliche Daten von Polizisten im Internet veröffentlicht. Ein Fehler, für den er sich entschuldigt hat. Aber wie wird die Basis heute darauf reagieren? Die Gewerkschaft der Polizei hat bereits Strafanzeige erstattet. Also, ich bitte da wirklich um Verständnis, dass solange die Staatsanwaltschaft prüft, ich mich zu dem Sachverhalt noch nicht äußern möchte. Seine Parteikollegen halten sich heute zurück, zumindest öffentlich. Das Thema sei bereits im Internet diskutiert worden, sagt Patrick Breyer. Natürlich ist es innerparteilich als Partei, die sich für Datenschutzbürgerrecht einsetzt, natürlich schon fatal, wenn man genau so ein Thema um die Ohren geschmissen bekommt. Wir selber sind natürlich geschockt gewesen, weil keiner hat das vermutet und keiner hat das erwartet. Und ich hoffe, dass wir das wieder in die Reihe kriegen. Datenschutz und Transparenz, da sind wir jetzt in einer, aus meiner Sicht, Erklärungsnot, dass wir da wieder auf den Weg zurückkommen müssen, dass wir da ein vernünftiges Verhältnis kriegen. Doch erst einmal wählen sie heute einen neuen Landesvorsitzenden, Christian Thiesen, Techniker aus Westerland auf Sylt. Der 47-Jährige will Datenschutz und Transparenz besser vereinen. Man wird sich zusammensetzen müssen, wie ich eben schon sagte, auch bei privaten Blogs, wie man da die Sicherheit schafft, dass so etwas nicht passieren kann. Den Rückhalt des Landesvorstandes hat Patrick Breyer. Auch in Zukunft will er Informationen ins Internet stellen. Da muss man dann natürlich im Einzelfall, in jedem Einzelfall abgrenzen, wie transparent können wir arbeiten, wie viel Vertraulichkeit ist auch nötig. Und das muss immer wieder hinterfragt und neu definiert werden. Morgen will er sich auf dem Parteitag weiter für Transparenz und Datenschutz einsetzen. Dann geht es unter anderem ums Programm.